Hey Melan, du kannst ja die Kinegung aufziehen. Ja, ich kann ja die Kinegung aufziehen. Ja Melan, du kannst ja auch sie sagen. Mach auf die Kinegung. Mach auf die Kinegung. Wie soll ich das nicht machen? Schau mal auf, doch. So, jetzt. So. So. Jetzt können Sie sich nicht abkommen. Wie lange muss das Bude drauf sein? Ich hab das immer noch stehen. Mamma, wie kalt. Ach, Alter. Eeeh. Und jetzt wird's da warm. Mit Wasser drüber. Mit Wasser drüber. Mit Wasser drüber. Mit Wasser drüber. Ja. Mit Wasser drüber. Mit Wasser drüber. Mit Wasser drüber. Ja, aber die Sonne drüber. Aber der lacht auf den Friedenscheiss. Der ist ziemlich ruhig, oder? Hä? Ja, wir sind fast 90. Die Sonne drüber. Mit Wasser drüber. Diese Not cholera drüber. Ch Reeve nur noch eine andere große kritische Bude. OH. Dann Eissäs. Und noch was die Sonne und die Sonne. Heute? Ui! Ui! Schau, wie schweißt! Da sind aber noch einer von... Sehen Sie da... Da sind wir eingemacht. Ist jemand ein Magli? Ich weiss nicht. Ah, ja. Ich habe eine Magli. Man kann man sonst näher gehen. Ich sehe... Ich höre eigentlich schon. Ich höre eigentlich schon. Ich höre eigentlich schon. Ich höre eigentlich schon. Jetzt habe ich eben noch mehr mariniert. Wieso sollte ich das? Ja, sind die so eingepaucht gewesen? Ja. Ja. Lass das nur mal sein. In der Zeit kannst du ein Pulli bereit machen. Ja. Hallo. 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 Willst du noch mal ein anderes? Was? Wir? Nein. Ich habe jetzt noch nicht gemerkt. Jetzt geht er schon wieder rein. Oh, ja. Ah, ist das Birkchen? Wir müssen etwas Wasser umbieren, oder? In der Schale nehmen. Hm? Der Saft von dem... Hm. Okay. Ja, aber wir haben die Puchtoft. Und genau so macht es sehr gut. Willst du auch mal aufnehmen? Ja, sicher. Willst du schneiden, oder was? Ja, ja. Ah. Im Schneiden müssen wir auch. Ja, ja, sicher, oder? Was willst du denn machen? Singen. Du Pulli einfach noch. Haha. Nein, 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 nein. Dann kannst du kommen, komm. Lass mal, mach es schon. Das ist schön für mich. Kannst du schauen, siehst du etwas so? Ja. Ja. Wie können wir den Braut haben, hm? Ja, dann warte ich noch mal. Ja, das ist okay. Ja, das ist okay. Das ist gut. Ah. Huch! Huch! Also, wir nehmen das, wenn wir unser Bier haben. Jetzt kann man übrigens trinken. Jetzt werden wir zusammen schneiden. Dann stoppen wir das in die Pfanne. Was ist das jetzt? Zwiebeln. Und eine Oblitzäcke. Die Dose musst du aufschneiden. Nein. So. Dann haben wir für die zweite Dose. Gibt es nämlich ein gutes Glas zum Trinken. Und jetzt so. Dann die Zwiebeln. Hier rein. Ich lasse die Bauer explodieren. Und noch eine Knalle rein. Dann machen wir hier noch Löcher rein. Das ist Aluminium, oder? Das ist Aluminium, oder? Nein, doch. Und das ist Stahl. Ja. Das ist wohl der weg. Das ist sie jetzt schon mal gekommen. Das ist kaputt. Das ist versteck. Das ist nicht so. Das BRAKT. Das Treffen, für mich kann man das nicht mehr machen. Das sind die Zwiebeln. Also, wir lassen uns zum Beispiel etwas zu, was man sie es nicht mehr machen. Aber das ist nicht so. Das ist nicht so. Das war's für heute. Vielen Dank. 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 Bye. 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 Bye.